Aber Tomislav Piplica hat leider mal wieder zu aktiv ins Spiel eingegriffen. Situationen gibt's, da wünsch ich, dass die Erde mich verschlingt. Wenn sich wo wer falsch benimmt, bin ich's wahrscheinlich. Und dann steh ich da und sag, ist mir das wahnsinnig. Tomislav Piplica wird ja auch im nächsten Spiel von Beginn an im Tor stehen. Ich versteh die Frage nicht. Er hat einen schweren Fehler gemacht, vielleicht ein Eigentor geschossen. Ich weiß nicht, ob Sie das gesehen haben. Wenn sich wo wer falsch benimmt, bin ich's wahrscheinlich. Und dann steh ich da und sag, ist mir das wahnsinnig. Wir haben genügend Torleute. Und wenn der eine patzt und mit den Nerven nicht zurechtkommt, ist der Trainer am Ende in der Lage, eben den anderen einzusetzen. Und dann stamm ich schon mal vorsicht, Walter, ist mir das wahnsinnig.